Moin zusammen! Heute wollte ich mich nochmal mit Creating Pages auseinandersetzen, also mit unserer Jane Porrezis. Und nachdem ich ja im letzten Video schon einige Facetten der Propaganda angesprochen habe, der Jane scheinbar auch zum Opfer gefallen ist, dachte ich mir, wir schauen doch da einfach nochmal tiefer rein und versuchen auch zu verstehen, wie das eigentlich funktioniert und wie die angewandten Techniken überhaupt heißen. Denn ich glaube, gerade im Zahn der aktuellen Zeit auf Social Media, wo Propaganda immer mehr ein Thema wird, ist es sinnvoll zu verstehen, wie diese Techniken aussehen und wie sie heißen. Denn nur so kann man sich, denke ich, auch selber effektiv davor schützen, Opfer einer dieser Echokammern zu werden, so wie es eben scheinbar auch unsere Jane wurde. Zuerst sollte man aber dann hier vielleicht einen Blick auf die primäre Propagandatechnik iranischer und russischer Akteure werfen. Am besten versteht man das dann vielleicht, wenn man die Ereignisse um das Attentat in Moskau am 22. März diesen Jahres anschaut. Bei dem leider sehr grauenhaften Vorfall starben über 100 Menschen. Dementsprechend war die Aufregung in Russland, aber auch in allen anderen Teilen der Welt ziemlich groß. Und schnell stellte sich eigentlich heraus, dass es sich bei den Tätern mutmaßlich um Mitglieder des ISIS-K handelt, einer Splittergruppe des Islamischen Staates, welche in der afghanischen Provinz Khorasan gegründet wurde. Für den Kreml war dann eigentlich relativ schnell klar, dass ein Narrativherrmus deshalb zur aktuellen Kriegslage passt. Also wurde schnell von allen entsprechenden Kanälen gestreut, dass die Täter ja von der Ukraine bezahlt wurden. Kurz darauf tauchten dann auch einige Videos auf, in denen die Attentäter stellenweise sogar selber angaben, dass die Ukraine sie bezahlt hätte. Der Wahrheitsgehalt dieser Aussagen kann meiner Meinung nach aber stark angezweifelt werden, denn zum Verhörinstrumentarium russischer Einsatzkräfte wie Taifun, Fackel, Alpha oder auch Omon gehört in der Regel auch die psychische, physische und sexuelle Gewalt. Also auch der Zustand der Angeklagten macht den Anschein, dass sie Opfer massiver physischer Traktionen geworden sind. Und daher ist es sehr anzuzweifeln, dass diese Aussagen auch auf Basis der Wahrheit getroffen wurden. Doch ist es nun realistisch, dass der IS Russland als Ziel wählt? Hier kann man sagen definitiv, gerade die Provinz Khorasan war zu Zeiten des sowjetischen Afghanistan-Krieges besonders unter Beschlag. Die Wut der Afghanen auf Russland ist dementsprechend bis heute groß. Verantwortlich hierfür sind dann auch die leider 600.000 bis 2 Millionen Afghanen, welche Opfer dieses Krieges wurden. Weitere 5 Millionen Afghanen verließen daraufhin infolge des Krieges das Land. Zudem ist Russland gegenüber muslimischen Gemeinschaften extrem einschränkend, weshalb ein Großteil der russischen Muslime in Moskau lebt, wo sie tatsächlich weniger Gefahr laufen, Opfer von Übergriffen zu werden. Alles Faktoren, die meiner Meinung nach definitiv für den ISSK sprechen. Zudem ist Russlands Sicherheitsapparat seit Beginn des Krieges am Maximum. Viele Antiterroreinheiten befinden sich in der Ukraine, ebenfalls auch andere Sicherheitskräfte. Zudem kann sich Russland keine zweite Kriegsfront erlauben. Ein Schlag gegen den ISSK würde Ressourcen bündeln, welche Russland eigentlich aktuell nicht zur Verfügung hat. Und so muss es natürlich die Ukraine sein, die ISSK-Kämpfer bezahlt hat. Doch wie läuft nun solch eine Propagandakampagne eigentlich ab? Fangen wir zuerst mal mit der sogenannten Firehose and Falsehood Methode an. Diese ist relativ alt und fand ihre Verwendung schon zu Zeiten des Kalten Krieges. Ihre Mechanismen sind daher relativ simpel. Wir brauchen zuerst mal eine große Menge an Kanälen, über die unsere Information gestreut werden kann. An denen mangelt es auf Twitter nicht. Ein kurzer Blick in die politischen Kommentarspalten lässt einen dieser Accounts schnell finden. Die Anzeichen hierfür sind dann vor allem, dass dieser Accounts selbst wenige Inhalte oder gar keine Inhalte erstellen und lediglich die Inhalte anderer Accounts teilen. Im nächsten Schritt müssen wir unsere Information dann verteilen und das am besten so ausufern, wie nur irgendwie möglich. Und hierbei ist es dann auch egal, ob die Information konsistent ist oder nicht. Ein gutes Beispiel hierfür ist dann beispielsweise dieser Post. Wir sehen hier einen Post des Newsportals The Cradle. Mit diesem werden wir uns dann gleich noch näher auseinandersetzen. Der Post weist darauf hin, dass scheinbar ukrainische Soldaten Abzeichen des IS tragen. Für das russische Narrativ natürlich dann ein klarer Beweis von der Zusammenarbeit von IS und Ukraine. Dem aufmerksamen Beobachter wird aber relativ schnell die eine oder andere seltsame Sache auffallen. Wie wir hier einerseits sehen können, fehlt dann auf einmal der obere IS-Patch. Eine weitere Ungereimtheit, die in der schnellen Abfolge der Bilder vermutlich nicht ganz auffällt. Zudem trägt der Soldat auch einen Wotan-Patch. Wer ist Wotan? Kurzer Einschub. Ich habe hier nochmal ein Foto gewählt, wo man das auch besser nochmal sehen kann. Interessant ist auch hier, dass die Person tatsächlich den Begriff Wotan und nicht Wotan verwendet. Warum das relevant sein könnte, dazu gehe ich vielleicht mal in anderen Videos noch ein, wo wir auch mehr dieser Embleme sehen. Es handelt sich nämlich um den germanischen Gott des Krieges, des Todes, der Dichtkunst und vieles mehr. Also da kann man sich dann schon die Frage stellen, wie realistisch ist es nun, dass ein radikaler Sunnit, der ein Kalifat anstrebt, auch Wotan einen germanisch-heidnischen Kriegsgott verehrt. Ich lasse das mal hier so stehen. Was dahinter steht, ist aber auf jeden Fall die Absicht, dass in der Masse an verschiedenen Informationen es unmöglich wird zu verifizieren, was stimmt und was nicht. Eine Technik, die dann auch direkt überleitet zu unserer nächsten Methode. Ad Nauseam Ad Nauseam, eine uralte rhetorische Technik, die der Fire Horse and Falls Hood Variante ähnelt. Hierbei geht es dann darum, Themen so stark auszureizen, dass das Gegenüber in eine natürliche Abwehrhaltung verfällt. Eine Technik, die gerade auch in Bezug auf den Krieg in der Ukraine, aktuellen westlichen Gesellschaften, ihre Wirkung stark entfaltet. Ein gutes Mittel, um die Kriegsmüdigkeit eben zu erhöhen und ein Gefühl der Aussichtslosigkeit zu schaffen. Auch unsere JP verwendet diese Technik gerne und so bombardiert sie einen regelrecht mit Nachrichten. Oft haben diese dann aber auch den gleichen Inhalt. Und das ist auch so ein bisschen der Trick dahinter, also wie könnt ihr euch so eine Art Nauseam-Methode vorstellen. Wir befinden uns in einer Diskussion über ein Thema und euer Gegenüber verharrt dann einfach auf einem Punkt und wird euch auch immer wieder auf diesen Punkt festnageln wollen. Und das tut euer Gegenüber dann dementsprechend so lange, bis euch entweder die Lust an der Diskussion vergeht oder ihr vielleicht auch gar keine Argumente mehr findet, um den Standpunkt eures Gegenübers zu entkräften. Damit wurdet ihr praktisch ausgespielt und findet euch dann in der Abwehrhaltung, die ja dann in Debatten oft dazu führt, dass man auch als die Person wahrgenommen wird, die eben nicht im Recht ist. Also die Abwehrhaltung ist ja in der Regel immer ein Zeichen von der Vorwurf, den mir mein Gegenüber macht, ist wohl leider doch korrekt. Die Art Nauseam-Variante nutzt dies eben, um den Anschein zu erwecken, dass dies so ist. Aber auch andere Methoden können wir auf der Page von ihr beobachten. Vor allem zwei Methoden sind hierbei eigentlich ziemlich offensichtlich. Und zwar einerseits Demonizing the Enemy, also das Dämonisieren des Gegners, eine beliebte Taktik, um sein Gegenüber zu entmenschlichen und die Mittel hierfür sind dann auch relativ simpel. Gearbeitet, wie ihr hier sehen könnt, wird dann gerne mit Buzzwords, also Kinder töten und so weiter. Mehr geframed kann Post eigentlich dann auch fast nicht sein. Aber das alte Narrativ vom angeblichen Kindermörder Israel verfängt hier. Und auch in diesem Post, also diese Bildunterschrift, lässt sich natürlich durch das Video überhaupt nicht verifizieren. Aus Inhaltsgründen erspare ich euch mal den Anblick. Was man sehen kann, sind die Leichen verschiedener Menschen, welche stark deformiert sind. Ob dies nun das Ergebnis eines Bombeneinschlags oder besagter Bulldozer-Geschichte ist, ist hierbei absolut unklar. Aber es spielt natürlich dem Narrativ vom gewissenlosen Mörder in die Karten. Man könnte hier aber auch ein ganzes Kapitel über Pollywood aufmachen und wie hier medial manipuliert wird. Aber das sparen wir uns dann vielleicht für ein anderes Video auf. Aber wenn wir gerade von Pollywood und Propaganda-Agenturen reden, kommen wir doch nun zu The Cradle. Es handelt sich nämlich hier auf den ersten Blick natürlich um ein sehr gewöhnliches Media-Outlet. Also eine Institution, die sich damit befasst, Informationen zu sammeln, aufzubereiten und zu veröffentlichen. Schaut man sich aber dann die About-Page an, sticht einem sofort eine Person besonders ins Auge. Und zwar Jamine Navani. Anhand ihrer Web-Publikation lässt sich dann eigentlich relativ schnell ahnen, um was es sich bei The Cradle handelt. Also von Pro-Hizbollah-Quotes über aus dem Kontext gerissene Bilder bis hin zu offensichtlich direkt widerlegbaren Lügen ist dann auch hier alles dabei. The Cradle ist eine von vielen seriös wirkenden Verstärkern von pro-iranischer oder russischer Propaganda. Bestätigt wird es dann auch durch die ständige Ideologisierung von Putin oder auch Ayatollah Khomeini auf dieser Web-Page. Beispiel hier, einen Staatschef als sexy zu beschreiben, ist dann ganz klar keine journalistische Einschätzung, sondern spricht für persönliche Sympathie, die man entweder empfindet oder nach außen hin propagieren möchte. Um Putin eben als den sexy, starken Staatsführer darzustellen, der natürlich im Gegensatz zu Biden ja eine viel bessere Figur macht. Ob Navani wirklich vor Ort war, ließ sich zudem auch nicht bestätigen. Und wenn wir gerade auch vom Kalkriesen Biden reden, so schauen wir doch mal in die USA und setzen uns hier mit dem letzten Punkt des Videos auseinander. Dieser nennt sich Waving the Flag. Manch einer kennt diesen Begriff vielleicht und wird sich nun fragen, wie das denn mit russischer Propaganda im Westen zusammenpasst. Denn natürlich propagieren russischsprachige Accounts oder russische Propaganda-Accounts auch ein Hoch auf den russischen Patriotismus. Doch nicht nur diese arbeiten hiermit, um die eigene Bevölkerung einzuschwören, sondern auch Staatsbürger in anderen Staaten. Wir haben hier mal Scott Ritter. Er ist hierbei eigentlich ein super Beispiel als US-Amerikaner, ehemaliger Marine und frommer Christ. Also ein, ja, richtiger US-Patriot könnte man meinen. Schaut man aber dann Scotts Page genauer an, merkt man schnell, dass er die gleichen Narrative propagiert, wie beispielsweise auch unsere Creating Pages. Das verfängt natürlich und führt dazu, dass einige ebenfalls patriotisch geprägte US-Bürger schnell den Aussagen von Ritter verfallen. Die Mann-in-Bauch-Theorie kommt dann hierbei auch zum Tragen. Wir glauben Menschen nämlich lieber, wenn sie scheinbar die gleichen Werte vertreten wie wir. Weshalb Ritters Page dann auch eine ganz krude Mischung aus iranischer, russischer Propaganda, radikalem Christentum und amerikanischem Patriotismus darstellt. Und auch andere Methoden wie Agentum ad Populum kommen bei all diesen Accounts zum Tragen. Man könnte vermutlich schon auf Basis eines Accounts eine ganze Doktorarbeit über die verschiedenen Manipulationstechniken verfassen. Doch belassen wir es doch für heute erstmal mit diesem kleinen Einschub. Am Wochenende schauen wir uns dann Jared an. Und ich sage es auch nochmal hier an dieser Stelle, es wird keine leichte Kost werden. Wir reden hier von Misshandlung von Tieren, Bedrohung, Stalking und sogar der traurigen, fahrlässigen Tötung der eigenen Ehefrau. Also macht euch bereit, wir sehen uns am Wochenende. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und sage Tschau.